Ja, äh, ja, servus liebe Kinderautoren, also hallo, kennt ihr das Problem auch? Ich finde plötzlich in dem Buch nimmer, wo ich da aufgehört habe zu lesen. Was war das jetzt für eine Wanderung? Egal, was ich bräuchte, wäre ein gutes Lesezeichen. Und solche, die kann man ganz toll basteln. Schaut mal her, wenn jemand ein Buch her schenkt, dann kann er so ein tolles Lesezeichen gleich mitbekommen. Das steckt da so drauf, das ist wie ein Hase, habe ich hier eins. Oder da habe ich ein sehr schönes, das sieht aus wie ein Schwein. Oder ganz toll, wenn ihr jemanden habt, der gern segeln geht oder am Meer ist, dann haben wir hier ein Lesezeichen, dass wie eine Möwe aussieht. Oder hier auch nochmal ein Lesezeichen als Möwe. Und so ist es ganz, ganz toll mit den Kindern zum basteln. Wenn ihr einen Kindergeburtstag habt oder in der Gruppenstunde oder bei einem verregneten Nachmittag, wenn ihr ein Geschenk für jemanden lieben braucht oder wenn wir wieder einen Corona-Lockdown haben. Was braucht ihr Material dazu? Das ist eigentlich sehr, sehr übersichtlich. Einen Klebestift, Schere und buntes Papier. Und wie das Ganze funktioniert, das zeige ich euch jetzt. Jetzt tun wir die Ecke ganz genau auf die Ecke. So. Dann machen wir einmal nach vorne. Dann noch einmal. So. Dann klappt ihr die Ecke runter. Die andere Ecke auch. Dann macht ihr es so raus. Dann macht ihr so. Die Ecke so. Und dann klappt ihr die Ecke hoch und macht sie rein. So. Die andere auch. Hoch. Und rein. Und jetzt haben wir es schon fertig. Jetzt holen wir ein Papier. So. Schneiden. Kleben. Eine Ecke ab. Und macht ihr so. Die Ecken weg. Und dann macht ihr so. 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 Habt ihr schon mal die Schweinchen-Nase. Dann unbedingt Leber. Kleben es auf. Jetzt brauchen wir noch für das Schwein zwei Nasenlöcher. Jetzt nehmen wir mit dem Stift, malen wir die kleinen Nasenlöcher rein. Dann nimmt man wieder ein Papier, schneidet Augen aus. So, das eine Auge kleben wir schon mal hin. Dann machen wir noch einmal. So. Klebt jetzt wieder auf. So, dann nehmt ihr ein Lila oder irgendein Papier, was ihr gerade haben wolltet. Schneid einfach schöne Löcher aus. Jetzt kurzen wir noch kurz. So. So. Das erste Ohr. Das Schweinchen. Und dann noch das zweite Öhrchen machen wir. So. So. Und fertig ist unser schönes Schwein. Liebe Kinderautore, jetzt habe ich endlich ein schönes Lesezeichen. Und wenn ihr jemandem ein Buch schenkt, dann könnt ihr so ein tolles von den Kindern gebasteltes Lesezeichen gleich mit dazu schenken. Und ich finde jetzt immer die Seite, wo ich aufgehört habe zu lesen, muss nicht ewig durchsuchen. Eine wirklich tolle, einfache Bastelei für die Kinder. Ihr seht selber, das ist gleich gemacht. Haben auch die Kinder selber schnell heraus. Tolle weitere Basteleien, Autorezepte, Wandertouren und vieles mehr findet ihr auf kinderauto.de. Ihr dürft uns gerne liken und gerne unseren YouTube-Kanal abonnieren. Bis dahin passt auf eure Kinder auf. Pfiat den Servus. Euer Olli.